Alles wie gehabt in Sachen Salzland-Krinik. Gestern musste der Kreistag in Bernburg erneut darüber entscheiden. Und wieder einmal hat sich die Mehrheit der Abgeordneten für den Schweizer Armeos-Konzern als Käufer entschieden. Und damit wieder gegen die Empfehlung von Landrat Gerstner und der Kreisverwaltung. Sind die Abgeordneten nur störrisch oder sind sie einfach nur standhaft? Die Frage gebe ich weiter an meine Kollegin Kerstin Kinzorra. Die war gestern Abend in Bernburg. Also Kerstin, störrisch oder standhaft? Ja, das hängt sicherlich davon ab, wie man fragt. Die 34 Abgeordneten, die wieder für den Schweizer Armeos-Konzern gestimmt haben, die betrachten sich sicherlich als standhaft. Landrat Gerstner wirkte nach der Entscheidung gestern Abend schon abgekämpft und wenig erfreut über die erneute Niederlage. Er sieht nach wie vor den Höchstbietenden, die Helios-Gruppe aus Berlin, als einzig geeigneten Käufer. Und Gerstner hat noch gestern in der Sitzung wieder einen Widerspruch gegen das Kreistagsvotum eingelegt. Warum ist eigentlich aus dem Verkauf der Kliniken ein solches Gezerre geworden? Weil es einfach um sehr viel geht. Es geht zum einen um die flächendeckende Krankenhausversorgung in der Region und dann geht es um den größten Arbeitgeber im Salzlandkreis. Jetzt haben ja nach diesen beiden Kreistagsbeschlüssen erstmal nicht mehr die Politiker das Wort, sondern das Landesverwaltungsamt. Wie wird das denn nun entscheiden? Das ist noch nicht klar, denn es gibt zwei Varianten. Sagt die Landesverwaltung, die Abgeordneten haben sich für einen Käufer entschieden und das ist rechtlich okay. Dann kann Armeos tatsächlich die Salzlandkliniken kaufen. Gibt es allerdings Bedenken gegen Armeos, dann kann die Behörde sich auch über die Kommunalpolitiker hinwegsetzen und dann wird wahrscheinlich Helios den Zuschlag bekommen. Das Ganze wird ja nicht ganz schnell gehen. Welche Auswirkungen hatte nun das Ganze auf den Betrieb der Krankenhäuser in Aschersleben, Bernburg, Schönebeck und Stassvot? Ja, Stassvot bleibt so lange erst einmal als stationäre Klinik geschlossen. Alle Bieter hatten ja versprochen, diesen Standort wieder zu öffnen, aber solange es keinen Käufer gibt, bleibt alles wie gehabt. An den drei anderen Krankenhäusern herrscht der normale Klinikbetrieb. Allerdings sorgt die Unsicherheit nicht gerade für ein ordentliches Betriebsklima. Weitere Ärzte könnten den Salzlandkreis verlassen, das ist die große Angst. Und dann ist es auch noch so, die Salzlandkliniken kosten momentan mehr Geld, als sie einbringen. Da der Kreis noch Eigentümer ist, bedeutet das, bis es einen gültigen Kaufvertrag gibt, sind die Steuerzahler diejenigen, die für die Defizite aufkommen. Also, alles noch sehr ungeklärt. Kerstin Kienzocher war das zur aktuellen Situation im Streit um die Klinikprivatisierung im Salzlandkreis.